Wir haben jetzt fast 100 Videos gemacht und ich konnte es selbst nicht fassen, dass wir bislang das Thema Mandelentfernung nicht behandelt haben. Obwohl das ja einer der klassischen HNO-Operationen ist. Und es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Heute ist man viel zurückhaltender mit der Indikationsstellung zu diesem Eingriff. Wann genau man die Mandelentfernung anrät und wann nicht, das erzähle ich dir im folgenden Video. Also, bleib dran! Hallo, mein Name ist Martin Leimung. Ich bin Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Hierbei, mehr Arzt für dich. Die Mandeln. Genauer gesagt, verstehen wir darunter die Gaumenmandeln. Also die beiden lymphatischen Organe, die am Übergang von der Mundhöhle zum Mundrachen links und rechts den Durchgang bewachen. Und genau das ist die Funktion der Gaumenmandeln. Sie sind Wächter. Alles, was wir über den Mund in unseren Körper gelangen lassen, kommt in Kontakt mit den Mandeln. Die Oberfläche der Mandel ist nicht glatt, sondern zeigt Löcher und Öffnungen. Und in diese Öffnungen führen die Gänge, die tief in die Mandel hineinreichen. Fremde Stoffe, seien es Bakterien, Viren, Pollen, Gifte oder Nahrungsbestandteile usw. kommen mit den Wänden der Gänge in Kontakt. Und unter der Oberfläche der Höhlenwände sitzen viele, viele Lymphfolikel. Das sind quasi kleine Lymphknoten. Und in denen werden die fremden Stoffe den Zellen unseres Immunsystems gezeigt, dargeboten. Unser Immunsystem hat ein eigenes Gedächtnis und prüft, ob es den Stoff schon einmal gesehen hat, ob es ein Freund oder ein Feind ist und, falls es sich um einen Gefahrenstoff handelt, welche Art der Abwehr die beste ist. Und dann wird auch gleich eine Verteidigungsreaktion des Immunsystems eingeleitet. Dieses System funktioniert nicht gleich von Geburt an, sondern wird im Laufe der Kindheit trainiert. Jeder Infekt trägt dazu bei, dass unser Immunsystem weiter ausreift. In den ersten beiden Lebensjahren ist am ehesten die Rachenmandel, die Mandel, die unser Immunsystem mit Informationen bedient. Über die Rachenmandel, die im Volksmund auch gerne Polypen genannt wird, haben wir schon einmal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch hier oben in der Infobox. Andere lymphatische Organe sind die Mandel ganz hinten an der Basis unserer Zunge, die sogenannte Zungengrundtonsille, und auch die Seitenstränge, die die meisten nur aus der Diagnose Seitenstrangangina kennen. Die zwei Seitenstränge verlaufen senkrecht parallel an unserer Rachenhinterwand. Ab dem zweiten Lebensjahr übernehmen dann die Gaumenmandeln den Hauptteil der Immunfunktion. Deshalb sind bei Kindern die Gaumenmandeln auch regelhaft etwas vergrößert, während sie im Erwachsenenalter dann meist wieder kleiner werden. Ihre Aufgabe verlieren sie allerdings nie. Und deswegen muss man sich genau überlegen, ob und wann man sich die Mandeln entfernen lässt. Bevor wir zu den Gründen für eine Mandelentfernung kommen, sollten wir die Frage klären, wie wird diese OP durchgeführt? Am weitesten verbreitet ist so eine halbscharfe Dissektionstechnik. Dabei wird der obere Teil der Mandel scharf präpariert, bis man die Grenze zwischen dem Mandelgewebe und der Rachenmuskulatur sicher dargestellt hat. Danach wird mit einer Art Löffel, der vorne so ganz kleine Zähnchen hat, die Mandel aus ihrem Bett herausgelöst. An ihrem unteren Ende geht die Gaumenmandel teilweise nahtlos in die Zungengrundmandel über. Und da muss man dann die Mandel absetzen. Da die Mandel gut durchblutet ist, müssen dementsprechend viele kleine Blutgefäße verschlossen werden. Und das wird in der Regel elektrisch gemacht, mit Verschweißung sozusagen. Falls mal ein besonders großes Blutgefäß dabei ist, kann es auch durch eine Naht gezielt abgebunden werden. Und das war es eigentlich schon. Das war der ganze Eingriff. Das ist nichts Großes, oder? Dieses Video dauert länger als die OP bei einem erfahrenen Operateur. Die Mandelentfernung oder auf medizinisch Tonsilektomie wird in aller Regel in Vollnarkose durchgeführt. Und das war nicht immer so. Früher wurde sie in örtlicher Betäubung praktiziert. Das geht. Das ist aber nicht schön. In anderen Ländern wird das auch heute noch so gehandhabt. Aber einige Betroffene haben ja ihre Mandelentfernung in ihrer Kindheit oder in dem Land, wo sie herkamen, in örtlicher Betäubung nachvollziehbar als traumatisierendes Erlebnis geschildert. Insofern können wir froh sein, dass die Vollnarkose bei uns weit verbreiteter Standard ist. Kommen wir zu Nebenwirkungen und Komplikationen der OP. Eine Mandelentfernung hat zwei wesentlich unangenehme Eigenschaften. Erstens, sie ist schmerzhaft. Und zweitens, es kann zu Nachblutungen kommen. Nach einer großen Studie zu postoperativen Schmerzen liegt die Mandelentfernung auf Platz 24 von 179 untersuchten Eingriffen. Das ist ganz schön viel für so eine kleine Maßnahme. Die Mandel-OP liegt damit hinsichtlich der Schmerzentwicklung noch vor einer Entfernung der Milz- oder der Bauchspeicheldrüse. Und das sind Eingriffe, die ungleich komplexer, länger und schwieriger sind als die Mandel-OP. Erfreulicherweise leiden Kinder nach einer Mandelentfernung in der Regel etwas weniger bzw. nehmen die Schmerzen durchschnittlich weniger stark wahr, als wir Erwachsene das tun. Der postoperative Schmerz lässt mit der Zeit langsam nach. Die ersten vier bis fünf Tage nach dem Eingriff werden als die unangenehmste Phase berichtet. In dieser Zeit beschränken viele Patienten die Nahrungsaufnahme auf das Allernötigste. Leider ist es auch so, dass viele Patienten zu wenig Schmerzmittel bzw. nicht ausreichend starke Schmerzmittel erhalten. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen sind HNO-Ärzte in der Regel keine Schmerztherapeuten. Aber auch in den Kliniken mit einem gut ausgearbeiteten Schmerztherapie-Schema ist die Zurückhaltung in der tatsächlichen Anwendung groß. Eine häufig geäußerte Sorge ist, dass bei Gabe starker Schmerzmittel die Patienten eine Nachblutung, zum Beispiel im Schlaf, nicht mehr wahrnehmen würden. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Die Nachblutung. Eine Nachblutung ist keine Seltenheit, sondern ein realistisches Ereignis nach der Mandelentfernung. Das Nachblutungsrisiko liegt bei 4,5%. Übrigens sind in der Vergangenheit viele verschiedene Operationsmethoden, zum Beispiel auch mit einem Laser oder Radiofrequenz, ausprobiert worden. Aber letztendlich bleibt das Risiko gleich. Also circa jeder zwanzigste Patient erfährt eine Blutung. Diese reichen von minimal bis dramatisch. Minimal wäre, wenn ich beim Ausspucken von Speicheln Spuren von Blut darin finden würde und die Blutung von alleine schon wieder aufgehört hat. Bei dramatischen Blutungen besteht akute Lebensgefahr und jede Minute zählt. Die meisten Blutungen lassen sich mit einfachen Maßnahmen wieder stillen, zum Beispiel durch das Betupfen der Blutungsquelle mit blutstillenden Medikamenten oder durch das Gurgeln mit Lösungen, die die Blutgefäße verengen oder einen positiven Effekt auf die Blutgerinnung haben. Manchmal muss aber ein HNO-Arzt die blutende Stelle elektrisch verschweißen, was auch in örtliche Betäubung meist unangenehm ist, aber dafür eine schnelle Lösung der Probleme verspricht. In schwierigeren Fällen muss die Blutstillung in Vollnarkose im OP durchgeführt werden. Das ist dann eine echte Notoperation. So kann die Blutungsquelle dann aber immer gezielt und erfolgreich behandelt werden, zum Beispiel durch Verödung oder durch Vernähung des Gefäßstumpfes. Nur in Einzelfällen ist es erforderlich, einen Schnitt außen am Hals zu machen, um dann die Hauptblutgefäße aufzusuchen, die zu der blutenden Stelle im Rachen hinführen. Wenn man dieses Blutgefäß gefunden hat, kann das gezielt zugeknotet werden. Also, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit Blutungen nach Mantelentfernung umzugehen, aber es ist ein relevantes Risiko, das man nicht leichtfertig auf sich nehmen darf. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass zur Minimierung von Schmerzen und Blutungseignissen diverse Empfehlungen zur Lebensführung in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Mantelentfernung ausgesprochen werden. Bei der Ernährung sollte darauf geachtet werden, dass man heiße, knusprige, würzige, säurehaltige Speisen vermeidet. Letzteres schließt Kohlensäure in sprudeligen Getränken oder Fruchtsäure, also in Obst- oder Obstzubereitungen mit ein. Dennoch ist eine Nahrungs- und insbesondere Flüssigkeitsaufnahme wichtig, um die Wundbeläge im Rachen zu reinigen und mit fortschreitender Wundheilung dann noch wegzuspülen. Die erste Woche nach der Mantelentfernung sollte man nicht duschen und auch anschließend nicht zu heißes Wasser für Duschen und Haarerwaschen verwenden. Körperliche Anstrengungen in Freizeit und Beruf sind bis zum Abschluss der Wundheilung zu vermeiden. Und die Zähne sollten erstmal rein mechanisch, also mit einer Zahnbürste ohne Zahnpasta gereinigt werden. Später kann man dann zu mentholfreier Kinderzahnpasta greifen. Und Zigarettenrauch ist ein sehr starker Reiz, der alleine bereits ausreicht, um eine Nachblutung zu provozieren. Also wenn man mal eine Rauchpause einlegen möchte, dann ist der richtige Zeitpunkt. Wenden wir uns wieder unserer eigentlichen Frage zu. Wann entfernt man die Mandeln? Der häufigste Grund für eine Mandelentfernung ist sicherlich eine wiederkehrende Mandelentzündung, die man im medizinischen Jargon Tonsillitis nennt. Früher hieß es, ab drei antibiotikapflichtigen Mandelentzündungen pro Jahr werden die Mandeln entfernt. Leider ist die Situation heute komplizierter. Eine klassische Mandelentzündung mit A-Streptokokken oder anderen Bakterien als Erreger ist eher selten. Nur 15% der Halsschmerzerkrankungen sind damit erklärbar. Andere Ursachen sind virale Entzündungen. Die bekannteste virale Mandelentzündung ist sicherlich das pfeifersche Drüsenfieber. Aber auch viele andere Viren können dieses Krankheitsbild der Halsschmerzen auslösen. Insgesamt gibt es hunderte mögliche Erreger. Und das Entzündungsgeschehen muss auch nicht nur auf die Mandel beschränkt sein, sondern manifestiert sich oft als Rachenentzündung oder Pharyngitis. Bei allen viralen Entzündungen macht eine antibiotische Therapie keinen Sinn, da Antibiotika nur gegen Bakterien wirksam sind. Um möglichst gezielt Antibiotika bei Halsschmerzen einzusetzen, gibt es den Mac-Isaac-Score. Für jeden dieser vier Symptome gibt es einen Punkt. Außerdem spielt das Alter des Patienten eine Rolle. Kinder und Jugendliche bekommen einen Extrapunkt. Bei Erwachsenen über 45 Jahren wird dagegen sogar ein Punkt abgezogen. Und aus der Summe der Punkte ergibt sich dann ein Wert, der korreliert mit Erfahrungswerten, wie häufig in einem mikrobiologischen Rachenabstrich tatsächlich Streptokokken nachweisbar sind und ob demnach eine Antibiotikatherapie überhaupt Sinn macht. Wenn man ein Antibiotikum wählt, sollte Penicillin verwendet werden, als erstes Antibiotikum der Wahl. Wenn das nicht hilft, greift man zu Cephalosporin. Oder ein Plan C wäre dann Makrolid-Antibiotika wie Claritromycin, die man auch verwenden kann bei einer Penicillin-Allergie. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Der Mac-Isaac-Score ist ein einfaches Hilfsmittel, echte bakterielle Mandelentzündungen zu erkennen. Und das ist wichtig, um den Nutzen einer Mandelentfernung abzuschätzen. Denn was ist ja eigentlich der Sinn der Mandel-OP? Man unterzieht sich einer schmerzhaften Operation, um drohende schmerzhafte Entzündungen zu umgehen. Früher ging man davon aus, dass die Erreger in der Mandel schlummern und dann bei der nächsten Gelegenheit wieder ausbrechen. Wenn man dann die Mandel entfernt, ist der Entzündungsherd saniert. Leider ist es nicht ganz so einfach. Du hast aber vorhin gesehen, dass es nicht so leicht ist, festzustellen, wann eine richtige bakterielle Mandelentzündung vorliegt. Noch schwerer ist es, wissenschaftlich nachzuweisen, ob die Mandelentfernung überhaupt das Risiko von späteren schmerzhaften Halserkrankungen senken kann. Für Kinder ist mittlerweile anerkannt, dass mindestens im ersten Jahr nach der Mandel-OP Entzündungen deutlich reduziert sind. Aus Großbritannien, wo die Patienten länger auf eine Operation warten müssen, wissen wir aber, dass eine Serie von Mandelentzündungen auch spontan abreißen kann und dann die OP-Indikation ein bis zwei Jahre später in vielen Fällen nicht mehr gegeben ist. Aus all diesen Gründen lautet die heutige Empfehlung, erst nach mindestens sieben Entzündungen in einem Jahr oder je mindestens fünf Entzündungen in den letzten beiden Jahren oder je mindestens drei Entzündungen in den letzten drei Jahren eine Mandelentfernung durchzuführen. Ein anderer Grund für Mandelentfernung sind schlafbezogene Atmungsstörungen, genauer gesagt das Schlafapnoe-Syndrom mit nächtlichen Atemaussetzern. Bei den betroffenen Patienten ist der weiche Gaumen schlabberig und das Zäpfchen verlängert und geschwollen. Zusätzlich sind die Gaumenmandeln und der Zungengrund vergrößert. Durch Erschlaffen der Muskulatur rutscht dann die Zunge im Schlaf nach hinten und die Rachenwände verlieren ihre Spannung. Als Folge kollabiert der Luftweg und die Summe dieser Veränderung führt dazu, dass beim Einatmen die Rachenwände im Wind flattern und das charakteristische Schnarchgeräusch entsteht. Das alleine ist aber nicht schädlich, solange nicht noch die abnormlangen Atemaussetzer im Schlaf hinzukommen, wie das ja beim Schlafapnoe-Syndrom der Fall ist. Eines unserer ersten Videos ist diesem Thema gewidmet. Die Standardbehandlung einer Schlafapnoe-Symptomatik ist eine nächtliche Überdruckbeatmung oder C-PAP-Therapie. Vereinfacht ist das im Prinzip eine Luftpumpe, die über eine Atemmaske die Atmung im Schlaf unterstützt. Chirurgische Maßnahmen sind nur der Plan B, wenn diese C-PAP-Beatmung nicht funktioniert. Dann kann man versuchen, in einer Operation das Zäpfchen zu kürzen und den Gaumen zu straffen, um den Atemweg zu erweitern und zu stabilisieren. Es gibt dazu Dutzende Variationen von OP-Verfahren. Die Entfernung der Mandel war ein Bestandteil des chirurgischen Behandlungskonzepts der Schlafapnoe. Einen vergleichbaren Effekt zur Mandelentfernung kann man aber auch erzielen, wenn man die Mandel nur verkleinert. Das heißt, die überschüssigen Anteile, die in den Rachen hineinragen, entfernt. Diesen Eingriff nennt man eine Tonsilotomie und keine Tonsilektomie. Dabei wird also nur das weggenommen, was an Gewebe zu viel ist. Angenehme Nebeneffekte des Belastens von Anteilen der Mandel sind eine geringere Schmerzentwicklung nach der OP und ein deutlich reduziertes Risiko von Nachblutung, was ja gut ist. Ein wichtiger Grund für eine Mandelentfernung ist auch eine bösartige Tumorerkrankung. Es gibt hauptsächlich zwei Tumorarten, die die Mandel betreffen. Das erste ist ein Lymphom, das sich aus dem lymphatischen, also Immungewebe der Mandel entwickeln kann. Ein Lymphom ist nicht ganz richtig, denn es gibt diverse Unterformen, die jeweils unterschiedliche Behandlungsstrategien erfordern und individuelle Heilungsraten aufweisen. HNO-Ärzte können bei der Diagnosefindung helfen, indem wir Mandeln oder Lymphknoten entnehmen und dieses Gewebe dann vom Pathologen untersucht werden kann. Die Behandlung, die eigentliche, die liegt dann aber in den Händen von Hämato-Onkologen. Die zweite häufige Tumorart der Mandel ist auch gleichzeitig der häufigste Tumor der Mundhöhle, des Rachens, des Kehlkopfes und zwar Schleimhautkrebs beziehungsweise ein Plattenepithelkarzinom. Die häufigste Ursache für diese Tumorart sind Rauchen, Alkohol und eine Infektion mit humanen Papillomaviren oder kurz HPV. Es ist für die Prognose günstig, wenn der Tumor noch so klein ist, dass man ihn im Rahmen einer erweiterten Mandelentfernung komplett entfernen kann. Allerdings sind Streuungen von Tumorzellen aus der Mandelregion in die Hals-Lymphknoten sehr häufig. Tatsächlich stellen solche Metastasen bei Mandelkarzinom eher die Regel als die Ausnahme dar, so dass man in der gleichen OP, wo man die Mandel entfernt, auch noch die Hals-Lymphknoten auf derselben Seite mit entnehmen würde. Es gibt auch die Situation, dass man Hals-Metastasen findet, aber keinen Ursprungswert entdecken kann, von dem aus die Krebszellen dorthin gelangt sind. Das nennt man Krebs mit unbekanntem Primärherd oder Coup-Syndrom. Bei diesen Patienten würde man neben anderen diagnostischen Maßnahmen die Mandeln entfernen, um sie vom Pathologen auf kleine, unentdeckte Streuherde untersuchen zu lassen. Als ich anfing als HNO-Arzt zu arbeiten, was auch schon 20 Jahre her ist, war die Fokussanierung noch ein häufiger Grund für eine Mandelentfernung. Die Vermutung war, dass der Verlauf von rheumatologischen, dermatologischen oder autoimmunologischen Erkrankungen durch eine Entfernung der Gaumenmandeln positiv beeinflusst wird. Das hat sich aber bislang in Studien nicht bestätigt und im Prinzip wurde das verlassen. Bleibt ein letzter Grund für eine Mandelentfernung, der ebenfalls umstritten ist. Ein Mandelstein oder Tonsillenstein. Mandelsteine sind gelbliche Ablagerungen in den Tonsillenfurchen, die aus abgestorbenen Bakterien, abgeschilferten Schleimhautzellen und Speiseresten bestehen. Sie sind an sich nicht krankhaft oder schädlich, können aber einen unangenehmen Mundgeruch verursachen. Es gibt vielfältige Methoden, die Steine aus den Mandeln zu drücken oder zu saugen, was man in der Regel selber machen kann, was auch gelingt, wenn es auch ein bisschen eklig ist. Allerdings bilden sich diese Mandelsteine immer wieder neu. Eine Mandelentfernung wäre eine definitive, aber auch radikale Lösung des Problems, das nur auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen und nach deutlicher Aufklärung über die Operationsrisiken angeboten wird. So, das war's für heute. Wenn du Fragen oder Kommentare zur Mandel-OP oder Mandelentzündung hast, dann schreib sie uns gerne unter das Video oder melde dich auf Instagram. Uns sind auch immer Themenwünsche für künftige Videos willkommen. Insofern lass alles raus, was dir einfällt und was du gerne wissen würdest. Abonniere bitte diesen Kanal und gib uns einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Ciao!